Herzlich Willkommen bei Herpa Insight. Der Ludwigsburger Modellbaustammtisch begleitet uns ja schon seit vielen vielen Jahren und heute dürfen wir mal bei Ihnen hinter die Kulissen schauen. Hallo liebe Herpa-Fangemeinde, mein Name ist Germann Seyer, ich bin Mitglied des Ludwigsburger Modellbaustammtischs und heute zeige ich euch einen kleinen Einblick in meinen Bastelraum. Und hier seht ihr einen Ausschnitt meiner Vitrinen mit vielen selbstgebauten, umgebauten Modellen, die selbstverständlich auch einen Arbeitsplatz hinter sich haben, einen Basteltisch, nämlich hier. Hier entstehen die vielen unzähligen Modelle, die der eine oder andere schon bei Herpa auf dem Sommerfest gesehen hat oder auch im Maßstab bewundern konnte. Im Hintergrund noch zu sehen ein Teil eines Dioramas, auch schon beim Herpa Sommerfest im Einsatz gewesen. Dies war ein kleiner Einblick in mein Bastelzimmer. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim digitalen Sommerfest. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018